Hallo Freunde und Willkommen zu meiner Naruto Shippuden Review und zwar geht es um die Folge 372. Ja und die Folge hat es extrem in sich, so viel kann ich sagen. Warum? Darauf will ich jetzt eingehen. Also, die Folge beginnt erstmal damit, dass der Zehenschwänzige anfängt auf seine Zunge oder Mund. Mund, das ist eine Knospe gewesen. Wir sind eine Knospe, die sich langsam öffnet. Der Zehenschwänzige sieht jetzt von vorne aus, also da war der Kopf aus wie so eine riesige Blume und bildet eine verdammt große Bijou-Dama. Und wenn man einfach mal Killer Beasts, Killer Beasts Bijou-Dama dagegen anguckt, ist das nichts. Ist das nichts von Killer Beasts, weil die ist so groß, die Bijou-Dama, alle sind natürlich verzweifelt, weil Naruto hat kein Chakra mehr. Aber er ist gerade dabei, Chakra mehr zu kriegen und Sakura heilt immer schon seine Wunden. Aber alle sind ganz schön in Panik, weil ohne Naruto merken die doch, oh scheiße, die haben doch eine recht große Arschkarte gezogen. Sakura macht aber in dem Moment dann wieder Mut und sagt, dass sie Naruto beschützen müssen, weil sie nämlich Kameraden sind. Da sagen die alle, ja stimmt, wir sind ja Narutos Kameraden. Und so wird dann wieder der Teamgeist entfacht und alle fassen sich wieder bei Sinn und haben wieder Kraft erschöpft, oder geschöpft, wie man es auch nennt. Und Shikamaru, Shikamaru, ähm, hat auch schon eine Idee. Er hat eine Idee, wie er diese Bijou-Dama verhindern kann. Und zwar, ähm, ist er, ich weiß jetzt nicht, wie der eine Ninja da heißt, der ist, ähm, der Sohn von Onoki, aber ich weiß jetzt gerade nicht, wie er heißt, das ist mir schrecklich leid. Leid und sagt zu ihm, dass er einen Erdfallsteck-Jutsu. Jutsu ihn sagen soll, was auch Leute mit keinem Erdelement anwenden kann, das Jutsu. Und, ähm, das hat auch Inou an alle weitergegeben auf dem Feld. Feld und alle haben dieses Erdversteck-Jutsu gemacht gehabt, so gut wie sie konnten. Konnten, haben alle so kleine mehrere Weils gemacht, damit irgendwie die Bijou-Dama aufgehalten werden konnte. Oder, ähm, könnte. Könnte, Kelabi probiert in der Zeit in der Form des Achtschwänzigen, Schwänzigen, die Flugbahn von dem Ding irgendwie zu ändern. Aber es bringt einfach alles nix. Die Bijou-Dama rast auf Naruto zu, weil der Zehnschwänziger hat's auf ihn abgesehen, weil er gemerkt hat, er hat, ähm, Kurama an sich. Und die Bijou-Dama rast einfach an den ganzen Mauern, Mauern einfach kaputt. Und gerade bevor es kurz zu Naruto kommt, kommt Kelabi und hält sie fest. Hält die Bijou-Dama fest und probiert die irgendwie nicht durchzulassen. Und dann plötzlich, zack, ist Bijou-Dama verschwunden. Schon alle sind irritiert, wo ist die Bijou-Dama hin? Hin, hin, auf einmal steht da Minato. Minato ist erschienen, erschienen und hat, ähm, ja, wie ich finde, ein sehr geiles Auftritt gehabt. Steht da einfach mal ganz locker und hat die Bijou-Dama einfach in einem benachbarten See, See, weiß ja, ich weiß, wie viele Kilometer entfernt der ist, hat er die einfach mal hingeschickt. Schickt ganz chillig, steht da lässig, lässt sich, ähm, Naruto freut sich natürlich, sein Vater wieder zu sehen. Ich sag auch schon, dass du hier bist, Vater. Vater Sakura, total perplex, perplex, wer das überhaupt ist. Ist, wundert sich natürlich, ähm, warum er auch ein Edo Tensei ist und Minato erzählt ihn, oh, Shimaru hat ihn hier belebt und dass auch mehrere noch auf dem Weg sind hierher. Und, ähm, ich weiß nicht, warum Sakura so perplex war. Ich weiß, ich weiß nicht, ob es, weil er einfach der Fido-Hokage ist oder weil er einfach geschafft hat, so locker die Bijou-Dama einfach mal eben wegzuteleportieren oder weil er Narutos Vater ist. Also, es könnte mehrere Gründe haben. Auf jeden Fall war Sakura sehr geschockt, schockt und überrascht, dass Minato aufgetaucht ist. Und ich kann, so wie ihr es merkt schon, ich bin ein sehr großer Fan von Minato, ich finde den Maka so geil. Geil, der ist einer meiner Lieblingskameraden, äh, Charaktere meine ich. Einer meiner Lieblingscharaktere im ganzen Naruto-Universum. Versum und als die Bijou-Dama auf den See aufgetroffen ist, kommen eine riesen Druckwelle, alle haut es aus den Socken. Ich glaube, Minato, der bleibt einfach trotzdem ganz ruhig stehen und gelassen. Gelassen und, äh, ja. Ja, ja, dann, dann guckt er zu Naruto und Sakura über und fragt Naruto, ob das seine Freundin wäre. Freundin wäre und, ähm, Sakura haut ihn jetzt mal gleich eine, eine rüber, weil er gesagt hat, ja, es ist meine Freundin. Und da hatte Minato ein kleines Déjà-vu gehabt an Kushina und hatte so, äh, ja, ähm, ich weiß nicht, wie man das Gesichtsausdruck nennen kann, aber man musste sich an Kushina zurückerinnern, wie sie immer drauf war, weil sie ist auch, auch rechts so drauf wie Naruto, äh, wie Sakura, meine ich. Meine ich, äh, so, äh, total angstabflüssendes Bild von Kushina hatte Minato da im Kopf gehabt. Als wir die auch noch, ähm, irgendwie zurückgekommen, kommen, da die, glaube ich, Minato auch Angst gehabt. Habt aber trotzdem, ja klar, liebt er sie. Aber er hatte so ein kleines Déjà-vu gehabt, als er Naruto, Naruto und Sakura gesehen hat, weil er doch gedacht hat, ah, das ist nämlich verdammt ein Kushina und mich damals. Ja, aber dann kam auch schon, schon, ähm, der zweite Hokage, der dritte Hokage und der erste Hokage an. Also Tobirama, Hashirama und Saratobi. Tobi und, ähm, Tobirama, also der zweite Hokage, sagt dann auch, auch zu Minato, Minato, dass er sogar sich schneller teleportieren kann als er. Ja, ja, und dass er auch seine Teleportionsjutsus auch besser sein, glaube ich sogar. Ja, das war so. Und das soll schon was heißen. Gerade der zweite Hokage, der ein bisschen so mörrisch vielleicht ein bisschen rüberkommt, so ernst. Ernst und sagt zu Minato, dass er sein Teleport, dass er die Teleporterjutsus besser beherrscht als er. Das heißt schon was, Leute. Leute. Und, natürlich, ähm, kommt Madara voller Elan, voller Freude. Also, der ist richtig heiß drauf, mit Hashirama zu kämpfen, kommt da angesprungen und brüllt vom Felsvorsprung runter, Hashirama. Und, aber Hashirama zeigt nur auf den Finger auf ihn und sagt, mit dir beschäftigen wir mich später. Erstmal muss ich mich um den Zehnschwänzchen kümmern. Und, was sich dazu geil von, von, von Madara, war sogar enttäuscht. Also, ich finde, dass das echt so aussah, als ob Madara enttäuscht ist. Weil, enttäuscht ist, traurig ist, dass er sich erst mit den Zehnschwänzchen geschafft, bevor er mit ihnen kämpft. Also, das fand ich schon, ja, das war so eine Stelle, irgendwie völlig lustig. Lustig. Und, Madara sagt auch, dass Hashirama sich kein Stück verändert hat. Und, ähm, ja, also, Madara ist richtig heiß drauf, ähm, mit Hashirama zu kämpfen, aber Hashirama will erstmal den Zehnschwänzchen besiegen und das, da war Madara echt enttäuscht. Aber auf jeden Fall, fürall, platzieren sich dann alle, alle Hohkage, ähm, an bestimmte Positionen. Ah, ne, das kam, das kam davor, davor noch, nur zur Info, war Kurama sehr überrascht, rasch, weil Minato hat den Chakra-Modus drauf. Also, Chakra-Gewand hat er drauf, drauf, er macht einfach nochmal eben schnelle Bewegungen und zack, ist er schon im Chakra-Gewand-Modus, der gleiche Modus, der auch Naruto drauf hat, drauf hat. Und, äh, Kurama ist davon auch sehr überrascht und muss auch dabei lächeln, weil er ist nämlich, äh, weil er sehr überrascht ist von Minato und, äh, und Naruto sagt auch, das ist mein Vater und ist mein Vater nicht unglaublich. Also, ehrlich, Leute, Minato ist unglaublich. Also, Minato gehört echt zu meinen Lieblingscharakteren und Minato ist einfach nur heftig. Er ist gerade erst wieder zurückgekommen aus Edo-Tensei, also durchs Edo-Tensei-Modus und, wenn man mal überlegt, ja, die, es ist vielleicht nur ein paar Sekunde und Minuten vergangen, seitdem er gestorben ist und die eine Hälfte von Kurama in sich versiegelt hat, danach ist er ja gestorben. Also, versiegelt hat und, ähm, dann Kurama, die andere Hälfte Naruto versiegelt hat, ist er ja gestorben. Und dann ist er jetzt wieder zurück, er hat also nicht sehr viel Zeit gehabt, sich irgendwie das Jutsu anzueignen, das heißt, heißt, ähm, innerhalb kürzester Zeit und nicht gleich auf Anhieb, hat es Minato geschafft gehabt, den Chakra-Modus zu kontrollieren und mein lieber Scholli, ey, Minato ist heftig, kann man einfach nichts anderes sagen. Auf jeden Fall platzieren sich die vier Hokage in je einer Ecke und bilden eine Barriere, wenn nicht sogar die stärkste Barriere, die man je gesehen hat, gesehen hat um den, ähm, Zehenschwänzigen herum, weil der bereits sitzt wie auf den Bijudama vor. Aber Hashirama macht, ähm, diese Tore, ich weiß jetzt nicht, wie die heißt, heißt es, ähm, es ist auch diese Tore, die auch Naruto benutzt hat, um Kurama anzunageln, sag ich jetzt mal. Benutzt sie, um beim Zehenschwänzigen den auf den Boden zu drücken. Und echt, mein lieber Scholli, Scholli, die Hokage haben es drauf, drauf muss man ja, kann man nichts anderes sagen. Ach, bevor ich es vergesse, Kakashi und Obito hatten auch noch ein Gespräch miteinander gehabt, habt und sagt, und, ähm, Kakashi will, also Obito sagt ihnen, ähm, das ist halt die Welt, äh, warum er nicht im ewigen Genio zu leben will, will und dass immer ein Loch in der Welt klaffen wird. Und Kakashi sagt daraufhin dann zu ihm, dass er, dass er ihn nicht aufgeben will, sondern dass er immer noch den alten Obito, als sie noch befreundet waren, immer Erinnerung behalten will, halten will, und dass er nicht aufgibt, aufgibt, den zu vergessen, vergessen, weil er ihn, wie er so haben möchte. Möchte und sagt auch zu ihm, wer die, also man sagt ja, es ist ja so ein Sprichwort, wer die Regeln da von der Niya-Welt nicht einhält, ist Abschaum, aber wer Kameraden in Stich hält, der ist ja alles schlimmste Abschaum. Und dann, die Leute, die das alles spurlos an sich vorbeigehen, lässt, das ist der größte Abschaum überhaupt. Irgendwie, ich hoffe, ich hab's richtig zusammengefasst noch, ich kann mich da nicht so ganz genau dran erinnern, wie die Reihenfolge war. Aber auf jeden Fall fand ich das auch sehr gut, weil man sieht da auch, wie Kakashi sehr an Obito, an sein altes Obito, ich hängt und auch noch möchte, dass er wieder so wird wie früher. Früher war Kakashi sie auch noch schuldig für zum Teil und weil er einfach sich seinen Freund aufgeben will. Und, ähm, ja, dann kommt auch Saku, äh, Saku, ja, Sasuke, kommt auf ein Schlagfeld auf, auf, Naruto hat ein Grinsen im Gesicht, im Gesicht, ähm, Sakura, total perplex, konnte gar nichts richtig sagen, sagen die anderen auch alle, ja, alle total erschrocken, dass Sasuke da ist und machen sie alle kampfbereit, weil sie denken, Sasuke ist der Feind, aber Sasuke ist gekommen, um dem zu helfen, einem Wunder mal, um was fast den Vogel abschießt, Sasuke hat gesagt, dass er Hokage werden will. Alle total irritiert, schockiert, ähm, alle brüllen darum, warum er Hokage werden will. Und, ähm, ja, ich fand das schon ein bisschen dreist, so muss man sagen. Also, Sasuke als Hokage, im Ernst, der, also Sasuke ist ja so ein Charakter für sich, der, eigentlich ist der ist ja mehr so ein Einsgänger-Typ, Typ und hat eigentlich das ganze Dorf verraten und alles, aber Sasuke will Hokage werden? Äh, Kiba will heute auch Hokage werden, aber, ja, den lassen wir jetzt mal außen vor, aber, ähm, Sasuke Hokage, nee, da würde ich doch, Naruto, Naruto soll lieber eher Hokage werden, weil, ähm, Naruto hat auch in Erinnerung gehabt, was Hitachi gesagt hat, und Hitachi hat auch gesagt gehabt, nur der, der kann Hokage werden, der auch vom Dorf respektiert wird. Ja, und das stimmt natürlich auch, Sasuke wird natürlich nicht vom Dorf respektiert, alle mögen dich Sasuke, bis auf Naruto, vielleicht Kakashi und Sakura, und Sakura, aber, ähm, bei Naruto ist es was anderes, Naruto hat alle auf seiner Seite, die ganze Shinobi-Allianz, alle vertrauen ihm blind, und deswegen, das, deswegen ist Naruto auch der beste Kandidat für Hokage, und soll auch Hokage werden, und, ähm, ja, dann machen sich Naruto und Kakashi, äh, Kakashi, äh, Sasuke bereit zum Kampf, Kampf und stellen sich den Zehnspanzigen entgegen, dann kommt Sakura aber auch noch, und, ähm, sagt, dass sie auch mitkämpfen kann, dass sie auch trainiert hat bei Tsunade, und, ja, Freunde, Team 7 ist wie er vereint, ein Kakashi kämpft ja gerade noch in der, in der anderen Dimension mit Obito, aber Team 7 ist wie er vereint, und die nächste Folge wird richtig geil, also ich schätze mal, die wird richtig geil, weil Team 7 ist jetzt wie er vereint, da bin ich mal gespannt, äh, bin ich mal gespannt, wie die sich gegen die Zehnspanzigen behaupten, vor allem, wie die Hokage abgeben werden, ja gut, okay, damit beende ich aber auch schon das Review, ich würde mich freuen, wenn ihr einfach mal mir ein kleines Feedback geben würdet, oder vielleicht mir ein paar Fragen, Fragen stellt, wie ich zum Punkt stehe, oder, wer ist zum Beispiel euer Lieblings, Hokage, oder, ja, einfach irgendwelche Fragen, also ich bin für Fragen hier jetzt halt offen, könnt ihr mir gerne stellen, über ein Feedback würde ich mich sehr freuen, und danke schon, dass ihr mir ein Review angeschaut habt, okay, damit verabschiede ich mich, und bis zum nächsten Mal, ciao!